Jo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um das neue SC Freiburg Trikot und ja, ihr wisst wahrscheinlich schon wie das aussieht, aber ich wollte euch einfach mal ein bisschen noch was darüber erzählen und ja, ich würde mal sagen, los geht's. Das rote Trikot überzeugt mit seinem schlichten, aber gleichzeitig eleganten und einzigartigen Look. Mittig auf der Brust ist das Logo von Schwarzwaldmilch und darüber jeweils ein eingestecktes Hummel-Logo sowie ein aufgenähtes SC Freiburg-Logo. Schwarze Winkel verlaufen entlang der roten Ärmel, die durch kleine Details wie beispielsweise durch schwarze Bündchen und rot-schwarz gestreifte Mesh-Einsätze aufgepeppt werden. Der rot-schwarze V-Kragen wird innen mit aufgedrucktem SC Freiburg-Schriftzug, Winkel und dem Fuchs veredelt. In der Innenseite des Saumes ist das Gründungsjahr 1904 des SC Freiburgs aufgedruckt. Weitere Highlights befinden sich im Trikot Nacken. Außerdem befindet sich eine Prägung des Greifs und in der Innenseite ein Druck der Freiburger Altstadtskarte. Der Preis beläuft sich aktuell auf 69,95 Euro. Und das war's jetzt auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das neue Trikot findet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!